Attacke! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Durchgeladen mit dem Joddy Islander! Ich spiel heute hier Vayne auf der Toplane, wird richtig reinfeeden gegen Ghost Dario, das wird richtig super! Ja, guck doch mal beim Kalle vorbei, der braucht noch die 100.000 Abonnenten im nächsten Jahr! Tschüss! Der Darius hat schon gar keinen Bock mehr. Oh, Ehre, alle drei Minions bekommen. Dammel! Ah! Klasse! Dammel! Oh fuck! Oh mein Gott! Ähm... Ah, Ehre! Boah, da war ich gerade konzentriert, Mann! Wisst ihr wie lange ich und Kalle LeBlanc gespielt habe? Das ist so anspruchsvoll! Ewig! Ab oben, anspruchsvoll! Oh, ist das doch zum Heulen! Ah, du Fides! Die waren aber alle so low, ey! Dammel! 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 Oh shit! Undi, was mit dir Darius? Andi, was mit dir Darius? Andi, was mit dir Darius? Andi, du mit dir bist... Wollen wir gleich rein? Saufen, Anna? Ah, der ist aber auch... Das ist jetzt überraschend! Ja! Also, ich muss sagen, ich habe ja eben den Flash gepinkt. Der hatte noch Flash! Das war jetzt schon wie ein bisschen überraschend! Ich weiß ganz genau, dass Johnny das Video nicht hochlebt, weil er feedet! Was? Dammel! Stimmt, ja! Ah! Oh Mann, Anna! Oh, ihr Hate, Anna! Du kannst doch nicht schon wieder Ghost haben! Oh, die Karte ist gestorben! Und die Vayne ist mal wieder tot 0-3! Ich freue mich schon richtig auf das Video, Alter! Da muss ich jetzt auch was sagen! Das war das beste Video, das auf Johnnys Kanal je hochgeladen wurde! Also, ich kann ja... Aber da muss ich jetzt auch mal zu meiner Verteidigung sagen, ne, was ist denn los mit dem Lümmel, dass der jetzt schon Ult hat? Und Ghost... Und warum bin ich unter der Erde? Seht ihr das? Ich guck mir das mal an, das sieht bestimmt nicht witzig aus! Ja, der Darius, der kommt jetzt natürlich da auf die Zentimeter ran! Die Vayne, die versucht jetzt hier in der gegnerischen Tower zu verflüchtigen! Aber sie würden sich da für Ultimate gegangen! Ach, Triumph, Triumph! Das ist doch ne Sauerei! Aber das ist auch... Also, so'n Darius, die unterschätzt man ja auch völlig von der Range her, ne? Ja, übel! Die Nahkämpfer sind immer sehr, sehr schwer einzuschätzen! Wenn der Karte ist hinter dir, ist bestimmt auch schwer einzuschätzen! Und Johnny ist... tot! Ich krieg kein... Nein! Oh, execute! Ach, Mann! Das ist aber auch... Das ist aber auch frustrierend hier! Ich will mich mal kurz auf Scoreboard gucken! 0-5 Vayne! 3-0! In der Mitte ist der Eis und eine Waffe und 1-0 auf der Borderline! Ja, ich sag halt immer so, wie es ist! Man pickt ja nicht nur für die Lane, ne? Also, zu dir könnte gleich ein K-6 hochkommen und äh... Aber eigentlich ist es ja egal, wenn du stirbst eh... Oh! Oh! Da ist der Comeback! Oh, da ist der Kill! Ich hab doch gesagt, ich werde dieses Spiel revolutionieren! Okay, Jungs! Es ist gleich wieder Tumble-Zeit, ne? Be ready! Okay, Alter! Oh! 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 Okay, jetzt rastest du wirklich ein bisschen aus! Er saugt mich aus! Ah, alles easy! So, jetzt One versus Two, Leute! Glaubt ihr an mich? Nein! Ja! Wo ist denn der K-6? Mach was cooles! Okay, okay, ich mach was cooles! Damn! Badadadam! Badadadam! You! Ah, schön! Oh, der hat seine Hook vermisst! Ah, okay! Und jetzt kommt K-6! Aha! 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 Hä? Hä? Warum will denn der nicht mehr? Oh, der haut ab! Oh, der ist ja übel low! Ich hab leider... Ne! Ne! Der Hood ist weg, wer ich hier gemacht hab! Da kann man fahren bei der Nash! Oh ja, aber... Gut gedodged, Johnny! Gut gedodged! Oh ja? 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 Da hab ich den Out-Attack leider nicht ganz... Dafür sterb ich gern! Achso! Der Katus kommt! Ja, das ist doch gelohnt, das Hoodie einzusetzen! Mach ihn tot! Mach ihn tot! Toad! Oh, du hast gefeedet! Ah, da wurde ich gebaitet! Aber die Szenerie... Also gebaitet! Also Kalla hat hier ne Deutsch- Deutliche andere Anweisungen gegeben, ne? Mach ihn tot! Mach ihn tot! Ja gut, okay! Den Punkt seh ich! Ne, äh, doch! Int, win, int, win! So läuft das! Johnny, call is call! Jetzt hol den Inhip! Ja, ja gut, warte mal! Ich weiß nicht, ob du das ganz verstanden hast! Hallo! 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 Ne! Katus? Katus? Äh, Leute? Ähm... Ich will da jetzt keine schlechte Stimmung verbreiten, aber ich weiß nicht genau, ob der Ocean Drake den Nash werdet. Aber Kalla hat den! Ah, hier! Bin mir da auch nicht ganz so sicher! Oh! Oh mein Gott! Das war schon wieder so close! Äh, äh, äh! Ist das das Game des Jahrtausends? Ja, der... Nation aller... Irgendwie aller drinnen, oder was? Bleib dran da, Kalla! Foxy! Ihr müsst die chasen! Ich mach das! Hey, ich komme! Kalla, wir holen die noch! Ja, ja! Bleib dran, Kalla! Sein Mann! Oh mein Gott! This is my time to shine! Oh shit! Ich bin dead! Ja, was sag ich euch denn, Jungs? Kripto, wenn sie wehen! Johnny, do it, Alter! Johnny! Das ist es! Oh shit, der Kha'Zix! Ich muss hier raus, Jungs! Ich komme, ich komme, ich komme! Ich warte hier! Sudden change of plane! Äh, plan! Ah! Ich habe hier eine Gleite! Der ist quasi free! Nee! Bringt nix! Das sah super gut aus! Ah, der wird jetzt vielleicht ein bisschen schwerer ohne Autotex! Ich outplay den, pass auf! Ah, ich kann die Pflanze nicht nehmen! Oh, dieses Play-Color! Okay, 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 okay! We might lose! Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt spielt! Ja, einfach Nexus kaputt machen! Ja, okay! Ah, ja! Ich hab fünf Leute! Johnny, es sind fünf Leute! Zieh durch! Johnny, zieh durch! Ohhhhhhhh! Oh, Johnny! Geil, Johnny! Danke, das du uns so gecarried hast mit dem Backdoor! Das war inszenen! Oh, das war scheinbar! Wie du da erst reingefiedelt hast, aber dann doch noch gebacktort hast! Ich決 architectural! Ich kann gar nicht mehr mit dir zusammenspielen, der will keine Lust haben, der ist halt trotisiert, der junge Mensch! Wenn der das gesehen hat, du Junge, Alter, das war jeden Jahr, ey! Lass dir mal Haare wachsen! Äh, warte mal, was? Ich brauch'n Weg! Ah, Scheiße! Das ist bloß der Darius! Johnny, mach es! Johnny, berg doch ihn weg! Ex-Johnny! Ex-Johnny! Er macht... Oh! Oh, fumble, fumble, fumble! Oh mein Gott! Nein! Das war so schlecht! Ah, ja, dass die Zyra da noch kommt, ich dachte, ihr habt... Na, Mann! Das ist... Mann! Das ist komplett... Nein! Ey, Leute! Ich carry jetzt voll hart! Ja, ganz ehrlich, Leute! Am Ende des Tages muss man ja auch wirklich einfach mal auch als Team funktionieren. Das kann ich ja nicht alleine nach Hause holen. Uff! Wenn das Video nicht auf deinem Kanal kommt, dann... Das spiel ich dir dein Leben lang auf deinem Brot. Ja, Johnny, da würde ich auch, ne? Wir haben hier tausend Folgen! Dem Feen kannst du jetzt allen offenbaren! Ja, okay, aber Leute, dafür, dass ich's hochgeladen habe, Like, Kommentar und Color abonnieren! Hau rein, Guys! Ja, danke! Tschüssi! Tschüss! Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!